Einen wunderschönen guten Tag. Servus Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, in der letzten Folge war richtig traurig, da hat Schattenherz den Fluch mit der Schar beseitigt und musste ihre Eltern dafür wieder opfern. Und, ähm, jetzt, äh, gehen wir einmal ins Lager. Da müssen wir ja noch mit Vono quatschen, da quatschen wir einmal, machen wir eine lange Raste, da müssen wir nochmal wahrscheinlich mit Schattenherz quatschen. Es wird eine sehr lagerlastige Folge, glaube ich, heute. So, und deswegen... Komm, scheiß drauf, direkt zum Lager, jo. Direkt planen wir eine lange Raste mit ein, haben wir ja sowieso vor, dann quatschen wir alle in Schlauernzug. Da war ich gespannt, was Vono zu quatschen hat, das ist jetzt auch schon ein paar Folgen her. Oh, der Dämon ist auch noch da, nice. Gut. Ähm, quatschen wir erstmal mit, äh, Volo. Volo. Hallo. Die Dancer immer noch kochen vor Wut. Es ist wunderschön, dich wiedersehen, mein Freund. Wenn du mich nicht von diesem Mob retten, hätte ich einen Geist für die Nachwuchs, basierend auf die ersten Erfahrungen. Äh, Oren, die Rote hat ein mörderisches Syndikat, vielleicht, äh, habt ihr sie erzührend. Ich nehme an, ihr habt Erzog Kortos kritisiert. Er hat jetzt, äh, in der Stadt das Sagen. Habt ihr eure Meinung über den Kult der absoluten Kult getan? Er hat überall Augen. Ich bin davon ausgegangen, dass das jahrzehntelange, äh, Vertreiben von Lügen und Fehlinformationen sich an euch gerecht hätte. Hm. So, komm. Nonsense! It is my dedication to truth that endangers my well-being. And I have uncovered the most startling truth imaginable. The Lord of Murder has returned. As he did a hundred years ago, Baal has set his accursed sights on Baldur's Gate. And his temple runs red with the blood of the innocent. Oren is his chosen. And like Saravok before her, she is able to take on the savage form of the Slayer. If the Slayer is not stopped, it will slaughter every living thing in this city. As one of those things, I'm particularly eager to stop it. And there is a way. I have a study of the beast, penned by the wizard Irenicus himself. It contains all the knowledge needed to slay the Slayer. Now I just need a brave adventurer. Willing to face Baals chosen. And to put the knowledge into practice. Ja, das sind wir. Äh, seht mich nicht an, ich werde mich nicht freiwillig melden. Wonderful! I can scarcely think of anyone more suitable. It will serve you well. A study of the Slayer, penned by John Irenicus. It's one of a kind, so do try to keep it away from the inevitable bloodbath, hm? Was ist der Schlechter? The Dream Eater. It is said that children of Baal are claimed throughout their sleep. Ever disturbed by visions of a life of bloodshed and terror. Once they have seen too much. Once these dreams drive their minds to break. They are beset by the Slayer. It is a beast of unspeakable violence that consumes all in its path. Including the soul of the one who is host to it. Erzähl mir von Irencius. A genius. Exiled from his home in the elven paradise of Soldanessala. When he attempted to seize the power of life itself, he instead turned his magnificent mind to murder. on a grand scale. That is how he came to crave the power of the Baal Spawn. He saw them not as living things, but as tools for his own machinations. In the end, there were Irenicus took the form of the Slayer for himself. It was a Baal Spawn who thwarted him. The same that saved Baldur's Gate. I will need more than a book to buy Baldur's Außerwilden. I will give Baldur's Außerwilden the Stirn to give him. This task is overwhelming. I should immediately start with the preparation. Baldur's Außerwilden I have already killed him. That's how I can do it. Quite so. I was rather hoping you'd gathered all the rest of the adventuring paraphernalia yourself. You'll need every advantage. I am a living witness to Baal's defeat those hundred years ago. So I know your battle against him is not futile. He can be stopped. But not all of those who stood against him survived. And those who did were never the same again. I wish you luck, my friend. And I hope that when I see you again, you'll be in one piece. Two or three at most. Alles Klärchen, Pupärchen. Zum Schlechter. Zum Schlechter. Zum Schlechter lesen. Wie sie wissen das? Ja, komm. Hoch. Ja, komm. Lesen wir. Auch wenn dieses Kind des Baal das Geschenk eines unheiligen Blutes bisher vergeudet hat, ist Baals Peitsche offenbar unausweichlich. Der grauenhafte Gott hat dieses Kind nun mit dem Schlechter, der Bestie des Propheten, belagert. Und wenn das Kind endlich nachgibt, wird sein Verstand gebrochen sein. Mehr noch als meine Qualen ihn je zerfetzen können. Solange habe ich die gefangene Brut mit meinem Experten geprüft. Ach, Experimenten. Experimenten geprüft. Habe versucht, noch mehr von Baals Geschenken aus ihnen zu extrahieren. Doch sie haben den Schlechter über sich selbst gemacht. Doch sie haben den Schlechter über sich selbst... Ach, gebracht. Er manifestierte sich offenbar über den Augenblick des reinen Hasses. Okay, da sind jetzt irgendwie nicht so Tipps oder so drin. Das ist mehr so die Geschichte, ne? Okay. Von dem Gespräch habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, hauen wir uns mal hin. Oder hast du noch irgendwas, Jenna? Ja, okay. Jo, und lange hast du. Ja, ich bin wieder da. in a while. Perhaps people lost faith or forgot about it. I wanted to come here to see if I felt anything that I hadn't done before. Now that I know what I know. Now that I know who I am. Yeah, that's true. But too much freedom can be frightening. Lonely. And there's a reason why so many are eager to bow. I had my family. For too short a moment. Now they're gone. By my hand. I remember. But they can't comfort me. They can't give me a chance. They can't tell me what I was like as a little girl. It's been a long time since I've shed a tear. I don't even know how long. We carry on. It's all we can do. I'll follow in a while. I think I want to stay here a little longer firstly. This place isn't familiar, but it's peaceful. Shadowheart. She's as much a part of who I am as Genevelle. Can't just forget her. It's not what I do anymore. Besides, Shadowheart still suits me. Even better than before, perhaps. You can't cast a shadow without some light. Oh. Oh, really deprimal. Richtig traurig. Richtig traurig. Okay, hier ist nichts zu quatschen. Da ist Willy. Oh, da ist sie. Alles klar, ich denke mal, wir sind hier durch soweit, ne? Die lebt auch noch. Alles klärchen, Popärchen. Gut. Dann machen wir einmal einen kleinen Safe Point, würde ich sagen. Wir sind unglaublich stark, hätte ich nicht gedacht. Also, puh. Und dann machen wir Lager verlassen und suchen erstmal einen Händler, würde ich sagen. Irgendwo muss doch hier noch ein Händler zu finden sein. Weil ich brauche noch Wiederbelebungsrollen, ein paar Heiltrinke vielleicht, den ganzen Scheißverticken, den ich da hatte. So, wir gucken erstmal, bis die Grafik hier nachgeladen hat. Das dauert immer so ein bisschen, warum weiß ich auch nicht. Durchsuche den Keller. Entscheiden, ob wir mit dem Buch der Nekromatie machen, weitermachen. Wenn solche Bücher inhaltung. Wir haben ein merkwürdiges Buch geteilt. Es wirkt irgendwie mächtig. Was sollen wir damit tun? Achso, das war das. Notiz über Gewölbe gefördert. Gut, dann würde ich sagen, suchen wir einen Händler. Irgendwo muss doch hier ein Händler zu finden sein. Wo sind wir überhaupt hier? Wir sind hier oben. Dame Janats Anwesen. Die Dame Janats Anwesen. Darf ich da rein? Entscheide nicht. So. Ich wollte eigentlich Kadel. Hier hinten geht es betreten von oben. Die Umsatz auch noch lang. Wo geht es denn hier lang? Hinter Eingang wahrscheinlich, ne? Interessant. Reisetruhe. Ah, ich habe kein Liebeswerkzeug. Okay. Geil. Hallo. Darf ich überhaupt hier sein? Ich frage für einen Freund. Na, wird gespeichert? Okay. Moin. Du hast es, wenn ihr Streit habt. Du hast alles. Du bist nicht mehr ein Mitglied der Staffel. Alles klar. Ich hatte recht. Sorry, Herr Mercer. Da ist er doch. Da ist er doch. Ein neues Gesicht. Wie wunderbar. Sieht immer gut, einen frischen Interesse in den Kunstsätzen. Bitte. Enjoy the day. Just don't touch anything. Ah. Du bist ein fellow Collector. Ich sehe keinen Fehler in das. Ich habe ein paar Pfeile, die Verkaufstattung. Aber bei der kann ich irgendeinen Scheiß verticken. Das ist schon mal gut. So. Das kann weg. Das kann weg. Ah, komm. Der kann auch weg. Der kann auch weg. Den behalte ich erstmal. Der kann weg. Der kann weg. Der auch. Der auch. Das behalte ich. Das behalte ich. Das behalte ich. Hier eine Handsegel kann weg. Silbermesser. So. Das komische Hemdchen kann weg. Zange kann weg. Aha. 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 Was ist die Geschichte? Was ist die Geschichte? Oha. So. Großschwert. So. Was kostet denn hier? 77. Oder mehr nicht. Der Arkanen Sinnesschärfe. Aha. 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 So. So. Willi. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Höflasche. Okay. Kristallkugel. Warum auch immer. Da kommt der kann auch weg. Frischer Verstand. Was auch immer. Warum ich den mit habe. Ja gut. Alles klar. Wir haben auf jeden Fall das gefunden, was ich wollte. Fettes Bett. Ich habe nicht mehr. Ich habe nicht mehr permission, um hier zu sein zu sein. Du bist jetzt zu verabschiedet. Ah, okay. Angreifen. Sie davon zu weit zu. Zumal ich habe nur die Latrinen. Bin schon weg. Doppeltür. Ja gut. Ich haue ja schon wieder ab hier. Ah, hier geht es auch runter. Alles klar. Wir gehen da runter. Irgendwie. Ja, da wollte ich doch eh landen. Super macht ihr das. Klasse. Hier sind wir wieder. Alles klar. Okay, wir haben unseren Schrott verkauft. Das ist supi-dupi-guti. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal hier reinzukommen langsam. Aber klopfen wir mal die Stahlwache hier weg. Und gucken, was dann so passiert. Oh Gott, das wird richtig übel werden, Leute. Kann ich von hier auch rein? Safepoint selbstverständlich. Okay, der wird mir gleich sofort auf die Fresse hauen wahrscheinlich. Anders komme ich hier aber nicht rein, ne? Verschlossen. Ja, ich habe kein Liebeswerkzeug. Gießerei, Zutrittswarnung. Ah, ich brauche einen scheiß Händler. Ist hier nirgendwo ein Händler? Wo kriege ich die Liebeswerkzeug her, Leute? Hm. Ich weiß auch, Gortash. Laufen wir so ein bisschen durch die City. Guck dir immer schon so ein bisschen auf die Mini-Map, zum Beispiel den da. Alles klar. Ist der in dem Haus hier? Guck ich denn da rein? Hier, glaub ich, ne? Hoffentlich hat der ein paar Liebesgedöns mit. Moin, moin. Die Loge. Nächsten hier der Blurg. Stoffbär. Der da unten ist, ne? Blurg. Moin, Blurg. Oder Blurg. Oder Blag. Ach, der Typ. Ach, der Typ. Mein Name, Kunde, euer Freund, der Gedankenschinner Umelum, ist tot. Ich dachte, dass sie eure Forschung im Unterreich übertrieben würde. Ö, übert... was? Übertreiben würde? Im letzten Treffen habe ich übrigens meine Larve dazugelernt. Oh, ja. Ich war noch nicht fertig. Oh, ich will mit dem andeln. Oh, Mann. Ich suche doch nur ein bisschen Liebeswerkzeug. Ist das denn so schwer zu verstehen? Okay, das war ein Reinfall. Hier ist doch bestimmt auch ein Händler, hoffentlich. Komm ich da rein? Da bin ich gerade vorbeigelaufen, glaube ich, ne? Hier. Aber die hat bestimmt kein Liebeswerkzeug. Schauen wir mal. Vielleicht hat sie ja was, sonst ist... Willkommen zurück, mein Liebeswerkzeug. Wir fühlen uns Ruby, Amethyst, Malachite. Sag mir, ich bin hier für all deine Glittering-Needs. Alles klar. Ja, die hat nur Sch... What? Mein Herz. Ja, die hat jetzt... Ja. Ist der Diamant hier noch mehr wert? 169. 169. Ich glaube, die Sucherin nach dem Händler, der Diebeswerkzeug hat... Ja, ja, der wird nichts bringen, glaube ich. Der ist, wenn wir auch nicht finden. Ich gehe jetzt einfach nochmal da unten zu den Typen hin und dann gucken wir mal. Vielleicht kann ich den hier einfach aufbrechen, wenn ich den mit meinem Schwert dagegen haue. Mal schauen. Hier ist auf jeden Fall wieder ein schöner Grafikfehler. Hier sind sie da. Machen nochmal ein Save-Point. Öffnen. Komm, ich habe ja gespeichert. Mittlere Zähigkeit, okay. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir gucken uns das in der nächsten Folge an. Und ich bedanke mich recht herzlich einmal fürs Zugucken. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal.